Neulich im Höcke-Höcke-Bernd-Game. Tja, Herr Höcke, getroffene Hunde bellen. Oh, was hat der Thüringer AfD-Chef sich aufgeregt? Ich hätte ihm doch ganz böse Dinge unterstellt. Und ja, der gute Herr Höcke hat ja ein objektives Problem. Nein, Frau Wagenknecht, Sie haben jetzt gerade ein objektives Problem mit der Wahrheit, das daraus resultiert, dass Sie im TV-Duell mit Alice Weidel aufgrund ihrer Konzept- und Ideenlosigkeit im Themenbereich Remigration mit verfälschten Höcke-Zitaten um sich geworfen haben. Herr Höcke spricht davon 20 bis 30 Millionen Menschen. Um vom Thema abzulenken und den Gegenüber als unseriös und radikal darzustellen und nicht über die Sachfragen in diesem Themenbereich diskutieren zu müssen. Und diese Lüge lässt man Ihnen nicht durchgehen. Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies Sarah Wagenknecht möchte sich ihre Lügen einfach nicht eingestehen, Welt. Da wird mir übel. Ja, meine lieben Freunde, wir beschäftigen uns heute mit dem neuesten Output von Sarah Wagenknecht namens Getroffene Hunde Bellen, Herr Höcke, veröffentlicht am 20.10.2024 hier auf YouTube. Schon am gestrigen Tag war relativ klar, dass selbst der Community von Wagenknecht selber dieses Video hier nicht besonders gefällt. Was unter anderem daran liegt, dass sie sich eine zentrale Lüge, die Teil ihrer Argumentation im TV-Duell gegen Alice Weidel war, einfach nicht eingestehen möchte. Und obwohl sie selber die Primärquelle, die ihre Argumentation widerlegt, im Video einblendet, sich auf Teufel Conraus nicht eingestehen möchte, dass sie da einfach falsch liegt. Und da wird dann langsam aus einem Aus Versehen ein Kalkül. Also, worum geht es eigentlich für alle, die die Geschichtsschreibung im Höcke-Wagenknecht-Beef nicht bis hierhin verfolgt haben? Eine kleine Zusammenfassung. Es beginnt alles beim TV-Duell Weidel vs. Wagenknecht, Themenbereich Remigration. Ein Thema, bei dem Weidel als Mitglied der Partei, die diesen Begriff bedeutend zusammen mit ihrem politischen Vorfeld geprägt hat, punkten kann. Das BSW sieht Migration nicht als zentrale Programmatik. Das sei ihm auch zugestanden. Jedoch folgt daraus, dass man in dieser Frage nicht wirklich gegen eine AfD-Frau auftrumpfen kann. Was geschieht also? Man macht am Anfang ein paar Zugeständnisse, muss aber dann ja trotzdem für sich werben. Und das sollte, so mutmaßig war die Strategie in diesem Themenbereich, gelingen, indem man sich ausgedruckte und teils verfälschte Höcke-Zitate, wer weiß, vielleicht vom Volksverpetzer zusammengetragen, ausgedruckt auf sein Pult legt und die dann Stück für Stück abarbeitet, obwohl es weder um Höcke geht, noch um seine Zitate, sondern eigentlich um den Themenbereich Remigration. Das Ziel des Ganzen, den Gegenüber als unseriös, radikal und verfassungsfeindlich zu framen, sodass die Sympathie trotz Mangel an harten Migrationskonzepten beim BSW auf die Seite von Sarah Wagenknecht umschlägt. Und das hier ist das Hauptargument, um das es in diesem Beef geht. Wo von millionenfacher Remigration gesprochen hat. Herr Höcke spricht davon 20 bis 30 Millionen Menschen. Also ehrlich gesagt, da wird mir übel. Ja, da wird mir auch übel. Einfache Strategie, Falschbehauptung aufstellen, eigene Emotionen dazu wiedergeben, den Zuschauer damit emotionalisieren. Da wird mir übel. Der Frau Wagenknecht wird übel dabei. Dann ist das ja ganz schlimm, was der Höcke da gefordert hat, was er nie gefordert hat. Das Argument kommt auch noch einige Minuten später nochmal wieder. Muss man sehr klar sagen, wir reden hier über nicht über 20 bis 30 Millionen Menschen. Das tut auch keiner bei der AfD. Herr Höcke spricht aber über 20 bis 30 Millionen, die er re-migrieren möchte. Und ehrlich gesagt, das ist ein Schüren von Ressentiments. Hier wird klar, dass die Argumentation auch maßgeblich darauf aufbaut, mit einer Immerwiederkehr dieses Zitats, das Remigrationskonzept, das Weidel vorher vorgetragen hat, als verharmlosend und damit verlogen darzustellen, weil der Höcke, der ja der satanische, verschworene Puppenspieler im Hintergrund ist, der alle steuert, das ja in Wirklichkeit so sieht, wie Frau Wagenknecht das da wiedergegeben hat. Also ehrlich gesagt, da wird mir übel. Also wo kommt dieses erlogene Zitat her? In dem ZDF-Beitrag, was bei der Landtagswahl in Thüringen auf dem Spiel steht, finden wir tatsächlich diese Behauptung in leicht abgewandelter Form. Ein Viertel der Menschen raus? Wenn man recht und gesetzt durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Das halte ich für ökologisch auch gar nicht. Im Gegenteil, das ist ökologisch sogar sinnvoll. Ja, hier sind es dann 20 bis 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland. Wagenknecht macht 20 bis 30 Millionen daraus. Und oben zu sehen, die Quelle ist tatsächlich ein Twitter-Video, in dem man ja sogar in diesem Beitrag hier eindeutig den Schnitt während der Aussage sieht. Also es müsste auch den Leuten beim ZDF aufgefallen sein, aber naja, vielleicht hat denen ja gefallen, was sie dort sehen. Schauen wir also einmal in eine der Primärquellen, zum Beispiel hier den Livestream von Weichreite TV. Timestamp ist Minute 41 und 19 Sekunden. Der Livestream heißt AfD-Stammtisch Gera Björn Höcke. Hier stellt einer der Anwesenden eine zweiteilige Frage. Also wenn man so möchte, zwei Fragen. Und Höcke beantwortet mit zwei Antworten diese zwei Fragen. Frage Nummer eins. Ich rede jetzt bestimmt nicht unbedingt von einem Italiener, der hier 1960 hergekommen ist, sondern tatsächlich auch viele, die wirklich kein Wort Deutsch sprechen und seit vier, fünf Jahren hier sind und trotzdem aber schon im Passamt. Wie ist das denn geplant? Frage Nummer eins bezieht sich also auf Fragen der Staatsangehörigkeit. Frage Nummer zwei bezieht sich auf Fragen des demografischen Wandels, wie wir hier hören können. Auf der anderen Seite haben wir das demografische Problem. Wir sehen es ja, wir sehen es hier im Saal, wir sehen es immer Montag auf den Spaziergängen. Der Deutsche stirbt aus, während sozusagen die Gegenseite mehr Kinder kriegt. Die Rechnung geht ja nicht auf, selbst wenn man die Asylantenflut stoppen würde. Wie ist das geplant? Alles klar, ich denke, zu diesem Punkt sollte also jeder mitgekommen sein, auch Frau Wagenknecht. Es folgt also eine sehr lange und auch ausufernde Antwort von Höcke auf Frage Nummer eins, in der er, bevor er auf die Staatsbürgerschaft zu sprechen kommt, auch über Remigration redet. Aus diesem Teil der Antwort stammt auch der erste Teil des manipulativ geschnittenen Clips. Wenn man Recht und Gesetz durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Da muss natürlich das Staatsangehörigkeitsrecht wieder geändert werden. Das heißt, wir müssen zurück zum Staatsangehörigkeitsrecht bis Ende 1999 gehalten. Da gab es nur einen Pass. Wenig später danach folgt die zweite Antwort auf den zweiten Teil der Frage und aus der kommt auch der zweite Teil des manipulativ geschnittenen Clips. Aber was auch nochmal ganz wichtig ist abschließend, wir reden von einer demografischen Krise, ja. Hier also klar eingeleitet, jetzt geht es um Demografie, demografische Krise. Das wird lange dauern, viele Jahrzehnte, bis sich die Bevölkerung wieder stabilisiert hat. Aber mit Rationalisierungsmaßnahmen. Japan ist ja auch ein stark überaltertes Volk, hat aber trotzdem nicht auf Einwanderung gesetzt, als alle nach Einwanderung geschrien haben. Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Das halte ich für ökologisch auch gar nicht. Im Gegenteil, das ist ökologisch sogar sinnvoll, tatsächlich darüber nachzudenken, dass die Bevölkerungsdichte nicht so hoch bleiben muss, wie es im Augenblick ist. Also ich habe keine Angst vor dem Bevölkerungsrückgang, wenn Maßnahmen eingeleitet werden, die langfristig die Bevölkerung wieder stabilisieren. Alles klar, ich denke, das sollte hiermit also dem Letzten klar geworden sein. Das war ein manipulativer Clip, um ein manipulatives Argument zu erzeugen. Und das haben verschiedene Medien aufgegriffen. Und damit kommen wir zurück zu Sarah Wagenknechts Video. Wenn er so vor seinen Hardcore-Anhängern steht, da sagt er doch gerne mal, was er wirklich denkt. In seinen Büchern schreibt er es übrigens auch. Ja, Frau Wagenknecht, und die Primärquelle, die Sie gerade einblenden, war gerade Quelle meiner Widerlegung Ihrer Aussage. Wenn Sie also diese Primärquelle wirklich gesichtet haben, bei Minute 41 und 19 Sekunden, wo dieser Teil beginnt, dann sollten auch Sie, wenn Sie ergebnisoffen darangegangen sind, zu dem Schluss gekommen sein, dass Sie einem Fake-Argument aufgesessen sind und hier Lügen verbreitet haben. Aber anstatt in diesem Bezug Einsicht zu zeigen, kommen Sie uns jetzt damit, dass der Widerspruch gegen Ihr Zitat von Höcke lediglich ein Zurückrudern von Höcke darstellen würde. Und deswegen muss er immer wieder ganz doll zurückrudern und sagen, war alles nicht so gemeint, war doch ganz anders. Und die bösen Medien, die unterstellen mir hier irgendwas. Ja, begründet unter anderem auf einem manipulativ geschnittenen Twitter-Clip, zumindest beim ZDF. Und klar, da hat er manchmal einen Punkt, weil es gibt tatsächlich in der Presse immer wieder auch Berichte, die auch nicht stimmen oder wo zumindest einiges nicht stimmt. Ja, da sind wir uns einig, wir sind einen Schritt davor, es einzusehen, sehr gut. Auf einen solchen Bericht bin ich leider auch reingefallen. Merkt ihr, Leute, wir sind haarscharf, haarscharf vor der Einsicht. Damit kommt sie dann zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sie dann diese Falschbehauptung unterstellt. Wir kommen also der Einsicht immer näher. Und in einem Artikel der FAZ stand, im August konnte man nachlesen, dass Höcke zum Thema Remigration gesagt habe, man werde in Deutschland, Zitat, ohne Probleme mit 20 bis 30 Millionen weniger Menschen leben können. Tatsächlich war das falsch. Genau, und der Fehler liegt darin, dass es nicht um den Themenbereich Remigration ging, sondern um den Themenbereich demografischer Wandel. Aber was auch nochmal ganz wichtig ist, abschließen, wir reden von einer demografischen Krise, ja. Anstatt also zu dieser Einsicht zu kommen, kommen wir zu der folgenden Einsicht. Also, tatsächlich hatte Herr Höcke in besagter Rede nicht von 20 bis 30 Millionen, sondern von 20 bis 30 Prozent gesprochen. Ach, oh mein Gott. Und es ist immer noch falsch. Es ist einfach immer noch falsch. Also hier wird jetzt eine Schlagzeile von derwesten.de eingeblendet, Zitat, Ausländer raus, AfD, Höcke will 20 bis 30 Prozent weniger Einwohner in Deutschland. Zitat Ende. Das ist immer noch falsch. Das will keiner. Das wird aufgrund des demografischen Wandels so eintreten. Und was wir hier gerade sehen, ist immer noch dieselbe Lüge, nur eine Variation davon. Gerade im Hinblick darauf, dass man die Primärquelle, aus der ja die initiale Lüge entsprungen ist, hier sogar einblendet, sie also in meinen Augen wohl mal gesehen hat, wirkt es umso verlogener, jetzt einfach mit einer Variation von derselben Falschbehauptung hier aufzuwarten, um dadurch dann irgendwie von sich überzeugen zu wollen. Sie blenden die Primärquelle, die Sie selber widerlegt, Frau Wagenknecht, in Ihrem Video ein. Wozu Sie sich jetzt entscheiden, ist aber das, wie für Kindergartenkinder noch einmal vorzurechnen, dass 20 bis 30 Millionen und 20 bis 30 Prozent im Endeffekt im selben Zahlenbereich liegen. 30 Prozent von rund 84 Millionen Einwohnern in Deutschland, das sind in der Tat nur 25 Millionen. Asche auf mein Haupt, bin dem falschen Zitat aufgesessen. Oh Leute, es ist so geil. Versteht ihr, das war jetzt so ein Gotcha-Moment, weil ob 20 bis 30 Prozent oder 20 bis 30 Millionen, das ist so ungefähr dasselbe. Ja, danke für den Mathe-Nachhilfe-Kurs, der Kontext ist aber immer noch falsch und die Aussage damit eine Lüge, wie die in Ihrem eigenen Video eingeblendete Primärquelle deutlich belegt. Und auch ohne Primärquelle hätte man doch mal, wenn man hier schon den Taschenrechner einblendet, zu der Realisierung kommen können, dass wir noch nicht mal genug Nicht-Deutsche in Deutschland haben, um diese erlogene Forderung zu erfüllen. Das sind nur 15 Millionen. Woher kommen denn die restlichen 15 bis 20 Millionen, die Höcke abschieben möchte? Will der Höcke dann nach Augenfarbe vorgehen oder was ist da der Punkt? Also diese Forderung ist allein im Hinblick auf die Größenordnungen bereits vollkommen absurd und damit ja grundlegend noch nicht mal logisch nachvollziehbar. Wir halten also fest, wir bleiben bei der Lüge, entscheiden uns einfach für eine andere Variation der Lüge, belegen dann, dass diese Variation der Lüge aber gleichbedeutend mit der ursprünglichen Lüge wäre und werfen dann der Gegenseite vor, sie würde einfach nur zurückrudern und sich deswegen darüber künstlich aufregen. Nein, das war ja alles gar nicht so gemeint, sondern, Herr Höcke sei es ja in dieser Rede, die da zitiert wird, gar nicht um Remigration, sondern nur um den demografischen Wandel gegangen. Erstens, das war keine Rede, sondern eine Fragerunde an diesem Punkt und zum anderen, ja, es ging auch um Remigration, aber diese Aussage mit den 20 bis 30 Prozent hat was mit dem demografischen Wandel zu tun gehabt. Also um die Frage, dass Deutsche eben nicht so viele Kinder bekommen und deshalb die Bevölkerung schrumpft. So wie man es in der Primärquelle, die sie in ihrem eigenen Video hier einblenden, ab Minute 4119 unschwer erkennen kann. Ja, ja, die Methode Höcke. Erst hetzen, was das Zeug hält und dann war natürlich alles anders gemeint. Ja, ja, die Methode Wagenknecht. Erst hetzen, was das Zeug hält, dann der Lüge bezichtigt werden und dann sagen, dass man es trotzdem so meint. Und da das hier nicht die beste Argumentation aller Zeiten von ihr war, bricht im Folgenden zur Ablenkung danach wieder der Bernd aus ihr heraus. Und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, mit irgendwelchen Höcke-Zitaten. Und mit dem groß angelegten Remigrationsprojekt, das Höcke 2018 in seinem Buch forderte, mit den wohltemperierten Grausamkeiten, die es braucht, um es durchzusetzen. Bla, bla, bla. Und wir fangen wieder an, einfach die Zitate um uns zu werfen. Bernd, 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 Höcke, Bernd, Bernd, Bernd. Frau Wagenknecht, zum Thema wohltemperierte Grausamkeit empfehle ich Ihnen einfach den Artikel hier beim Deutschlandfunk. Das ist nämlich ein Zitat des Philosophen Peter Slotterdeik. Mit wohltemperierter Grausamkeit sind die Methoden von Australien, der Schweiz oder Kanada gemeint im Hinblick auf ihre Migrationspolitik. Nicht mehr und nicht weniger. Aber an dieser Stelle, die wir uns zum Ende noch anschauen müssen, wird es noch mal schlimmer. Sie hat diese Stelle, über die wir die ganze Zeit reden, eindeutig gesehen. Dass Herr Höcke kurz vor dieser Äußerung in seiner Rede, in derselben Rede davon sprach, die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen zu reduzieren. Es sind ja auch buchstäblich Millionen auf illegalem Wege nach Deutschland gekommen. Und, das ist noch viel entscheidender, eine Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts auch durchsetzen möchte. Nein, 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 Ablenkung. Wir reden jetzt nicht über das Staatsangehörigkeitsrecht. Da machen Sie ja noch direkt ein ganz anderes Thema auf. Sie haben gerade Folgendes gesagt. Dass Herr Höcke kurz vor dieser Äußerung in seiner Rede, in derselben Rede davon sprach, die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen zu reduzieren. Also erstens, es ist immer noch keine Rede. Es war eine Frage, die er beantwortet hat. Eine zweiteilige Frage. Und zum anderen, Sie sagen kurz davor, was hat er denn noch kürzer davor gesagt? Genau, dass es hier jetzt um Demografie geht. So, und ich zeige Ihnen das jetzt sogar noch an meiner Timeline. Hier kommt die Aussage, von der Sie gesprochen haben. Wenn man Recht und Gesetz durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Ja? Alles klar, das war also die Aussage, die Sie ihm gerade zum Vorwurf machen. Was ist denn mit der Aussage, wo er den neuen Themenbereich einleitet? Sie kommt direkt danach! Aber, was auch nochmal ganz wichtig ist, abschließen. Wir reden von einer demografischen Krise, ja. Man hat über Jahrzehnte lang zugelassen, dass... So, da wird es eingeleitet und dann kommen wir hier zu dem. Ähm, wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Okay, also die Einführung in den neuen Themenbereich Demografie findet kurz vor der Aussage statt. Und das, was Sie hier gerade rausgenommen haben, ist die Abmoderation von den längeren Ausführungen zum Themenbereich Remigration, die er vorher getroffen hat. Reicht das jetzt endlich mal? Was ist Ihre Strategie, einfach immer weiter auf dieser Lüge rumzureiten, in der Hoffnung, dass das dann irgendeiner von Ihren BSW-Fans anfängt zu glauben? Ihre Zuschauer glauben Ihnen nicht, das sieht man am Like-Dislike-Verhältnis. Die Top-Rated-Comments unter Ihrem Video werfen Ihnen das vor, was ich Ihnen gerade vorwerfe. Von daher mein Appell an der Stelle, machen Sie bitte genauso weiter! Bitte genau so! Denn auf diese Art und Weise bemerkt wahrscheinlich der Letzte, mit welcher Couleur vom Politiker man es an dieser Stelle zu tun hat. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, sich ein bisschen anzuschauen, wie sich der Beef zwischen Sarah Wagenknecht und Björn Höcke im Bernd-Game immer weiter entfaltet, schadet nie. Folgt mir sehr gerne auf Telegram, Link ist in der Videobeschreibung, und f*** PC. F***